Hallo liebe Zuschauer, kennt ihr meinen Gast? Hallo Mohamed. Ich grüße Sie. In den vergangenen Filmen war der Mohamed ja immer präsent, wenn es um Immobilien geht, hier auf Koh Samui Villen zu bauen, die auch für Körperbehinderten gerecht sind. Das ist ja das ganz große. Und der Mohamed spricht auch Deutsch. Ja, ein bisschen schon. Ja, letztes Jahr waren wir hier an der gleichen Stelle in dieser Villa und die ist jetzt fast fertig zur Übergabe. Und die ist jetzt fast fertig zur Übergabe. Fast fertig, jetzt Einzug ist September 2024, also bald. Und die Familie freut sich auch einzuziehen. Wir haben auch neue Villen, die sind ja alle verkauft und das ist wirklich gemischte Publikum und fast alle Europäer. Ja, also weil ich schon manchmal höre, ja sind ja nur die Russen und nur die Chinesen. Nein, im Gegenteil. Hier ist wirklich gemischt Franzosen, Italiener, Deutsche auch. Deutsche sind auch hier. Und in welcher Preisklasse war das hier? Das waren zwischen 8 und 9 Millionen Watt. Und vom Preis hier, das finden wir momentan nicht auf der Insel. Die Preise haben sich massiv nach oben korrigiert, massiv erhöht, nach der Covid-Zeit. Und die Nachfrage ist immens da. Ja, das sieht man schon da dran. Wir werden euch ja noch zwei andere Projektgebiete zeigen. Ja, und diese hier, wie soll man sagen, die ist auch so abgeschlossen, die Einzel. Ja, die ist abgeschlossen. Und was noch fehlt, sind die Bäume. Das wird noch harmonischer und noch schöner gemacht. Also das ist dann wird richtig schön sein. Ja, das momentan ist schön, aber noch ist noch nicht begründet einfach. Genau. Du sagtest ja, die wollten jetzt frühzeitig schon rein, auch wenn es noch eine Baustelle ist. Du sagst ja September. Ist schon fertig. Also seit Oktober, November dann doch das wohl hier. Das ganze Projekt wird dann fertig sein. Wir haben, was uns dann ein bisschen jetzt gebremst, wir haben jetzt den riesen Wassertank unterirdisch gemacht. Auch Strom ist unterirdisch. Also und das ist auch für die Anlage besser. Sieht man keine Verkabelung und Kabel. In der Anlage sieht man das nicht. Außerhalb natürlich ist das von der Stadt. Aber innerhalb der Anlage ist alles unterirdisch. Wie ist denn die Wasserversorgung? Ist das autark hier? Die ist direkt vom Land. Die Wasserversorgung. Wir haben einen Brunnen. Ah, das war es. Ihr habt einen Brunnen, ihr seid aber unabhängig vom Netz. Genau. Unabhängig vom Netz. Und diesen Ort Mennam, der sagt auch der Name hier in der Übersetzung, ein Fluss. Und der Fluss ist unterirdisch und massiv viel Wasser einfach in der Umgebung. Ja. Wir haben auch einen Brunnen. Wir hatten über die ganzen Jahre, ich wohne jetzt hier in der Nähe, über acht Jahre, hatten wir nie ein Problem mit dem Wasser gehabt. Wie sieht das mit der Stromversorgung aus? Du sagst, Strom ist unterirdisch. Meinst du die Stromversorgung, die Kabel? Ja, die Kabel sind unterirdisch, innerhalb der Anlage. Außerhalb natürlich ist das dann von der Stadt und das ist ein Tageslicht. Ja gut, ich würde jetzt hier noch ein paar Drohnenvideos einblenden, um das zu sehen. Aber wie gesagt, ausverkauft. Ihr hattet die Zeit gehabt, hier ein Projekt zu kaufen. Vorbei. Aber wir haben eine neue Möglichkeit. Genau. Es ist noch nicht zu spät, ja. Und wir können über alles reden. Und auch, wir haben jetzt, was jetzt keiner angeboten hat, Solaranlagen im Programm und Aufzüge im Programm mit Zulassungen, mit dem ganzen Papierkram. Das braucht man selber nicht zu machen. Und du weißt ja, wie schwierig das ist. Er spricht da gerade was an. Also, du meinst mit PEA, mit dem Stromversorger. Ja, da sollte man wirklich komplett den Auftrag geben mit der Anmeldung. Und ich habe meinem Fachmann gesagt, ne brauchst du nicht. Ja, muss ich dann selbst, äh, anschließend selber den machen. Ja, genau. Ja, ja. 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 Du wirst uns jetzt das zweite Projekt vorstellen? Ja, das ist auch direkt daneben, aber wir haben die zwei Projekte nicht direkt aneinander geklebt, sondern es ist so sechs Meter breit und die ganze Länge ein Sportbereich und Grünbereich zwischen den zwei Projekten. Dass man da Sport machen kann oder sitzen kann unter den Bäumen und das einfach genießen. Und das ist nicht alles so eng aneinander. Ja, ich werde jetzt auch hier unter dem Film Werbung einblenden, weil das ja in Deutschland ist ja Vorschrift. Hier können wir tun und lassen, was wir wollen, aber ich mache es trotzdem. Das soll aber kein Werbefilm eigentlich sein. Mir ging es darum, dass meine Zuschauer, die hier mal Urlaub gemacht haben, Kontakt haben zu deutsch sprechenden Bauunternehmern. Ob es jetzt also wie du es jetzt bist. Den Jens habt ihr ja auch schon kennengelernt, der vorwiegend ja fertige Villen verkauft, aber jetzt auch anfängt hier zu bauen. Und dann haben wir ja noch den Don, der ja auch irgendwie im Hintergrund mit Deutsch was kann, um hier eine Basis zu schaffen für euch, um mit diesen glaubwürdigen Menschen Kontakt aufzunehmen, wenn ihr hier ein Haus bauen wollt. So, jetzt gehen wir mal zur zweiten Baustelle. Ja, das machen wir. Das ist aber noch eine Baustelle jetzt. Das haben wir noch nicht angefangen. Wir sind in der Vorbereitung. Ja. Aber das geht richtig los ab August. Und jetzt sogar ist ein Haus verkauft. Also wir sind total oberrumpelt mit dem ganzen Wikon. Ja, es ist wirklich. Geld fließt ja ohne Ende nach Samui. Also ihr kennt ja meine Meinung. Also am liebsten würde ich ja da nichts mehr gebaut wird. Sorry. Aber das kann man nicht aufhalten. Also die Nachfrage ist da. Also der Wechsel auf der Insel ist vor vielen Jahren, hat es stattgefunden, dass also so viel Geld nachher kommt. Die Leute wollen weg von Deutschland auch, ganz bestimmt, von Europa, weil es hier ruhig ist. Und die wollen hier ihren Altersruhesitz haben. Die wollen ihre Ruhe haben. Ja, und das hat man ja auch noch. Ja, genau. Aufgebot zum Thema Behindertengerechten wohnen. Wir können ja auch Leute, die hier leben, die ältere Häuser haben und jetzt 30, 40 Jahre hier leben. Und jetzt geht mit der Treppe hoch nicht so gut. Die wollen Aufzüge haben und so weiter. Das können wir auch machen. Super. Ja. Also ja. Ja, das ist ein komplettes Programm. Ja. Du hast ja auch einen mobilen Dienst. Ja, genau. Genau. Die dann rausgehen und so weiter. Ja. Also wir haben, wie sagt man dazu mobilen? So eine Altersversorgung für die Thrombose, Strümpfe anzuziehen, Medikamente. Genau. Das hat der Mohamed im Laufe der Zeit, wie wir uns jetzt ja kennengelernt haben, auf die Beine gestellt. Ja. Mit einem Krankenhaus in Samui. Okay. Genau. Und das wird dann vom Krankenhaus betreut. Und wir stellen die Kontakte hier. Wir gehen auch mit Dolmetschen reden und gucken, dass die Leute einfach gut gehen. Wenn die hier hin nach Samui kommen oder hier leben seit Jahren. Und irgendwann hat man hier und da Wehwehchen. Da kann man das auch unterstützen. Zum Punkt Wehwehchen. Mittlerweile kann man also schon viel mehr machen. Bis zu Herzoperationen, Bypass-Operationen. Ja. Und auch Stents, Balloons kann man hier jetzt mittlerweile auch setzen. Das war ja in der Vergangenheit so. Entweder musste man nach Bangkok fliegen oder in Suratani. Das geht jetzt hier auch schon auf unserer Insel. Auch Brustoperationen. Entschuldigung. Brustoperationen machen die es auch hier mittlerweile. Bei Frauen zum Beispiel Brustkrebs und andere Krebsarten. Da also direkt mit dem Mohamed euch in Verbindung setzen für den mobilen Dienst. Ja und wenn ihr Interesse habt unter dem Film. Ihr habt ja wieder eine Webseite, wo ihr einen Link machen könnt. Genau. Da könnt ihr dann genau sehen, wie das Ganze aussieht. Ja. So und jetzt gehen wir rüber. Ja. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.